Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Jurassic Mock Update. Genau, wir gehen einfach jetzt nach der Roomtour einmal das komplette Mock durch. Ich zeige euch ein bisschen was ich neu gemacht habe und was demnächst so ansteht. Genau, dann nehmen wir euch jetzt aus dem Ständer und fangen dann direkt mal an mit hier vorne. Hier wird dann der Triceratops drin stehen. Genau, dann haben wir hier den ersten neuen Baum. Wir gehen erstmal ein Stück zurück, dann könnt ihr schon ein bisschen was sehen. Genau, wir gehen uns jetzt gleich ganz schön durch. Hier haben wir noch ein bisschen Gestrüpp gepflanzt. Hier haben wir wieder einen Baum. Hier hinten kommt ein etwas größerer Baum hin. Das ist mein Prototyp aktuell. Der kommt dann auch demnächst. Ja, hier hinten haben wir ein paar Pflanzen drin. Das grau abgesteckte wird ja wie gesagt eine Lichtung, das wird auch langsam. Wir haben einen neuen kleineren Baum. Der wird dann auch irgendwann mal so groß, wenn er ausgewachsen ist wie die hier. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Genau, aber der ist noch ein Wachstumsstadium. Hier hinten haben wir einen Park Ranger drin. Genau, dann hier unten ist es halt noch bunt. Wir fehlen halt die braunen Platten dafür, um das auszufließen. Also auszupflastern werden dann, ich glaube Ende nächsten Monat bestellt. Dann haben wir davon auch genug. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gestrüpp mit reingebracht und dachte mir hier, das ist vielleicht eine alte Birke oder so. Vielleicht setze ich da aber nochmal einen schwarzen dazwischen. Schreibt mir doch gerne mal, wie euch die gefällt. Die ist halt komplett aus Technik teilen und kann man deshalb tatsächlich auch komplett drehen. Ich werde nochmal eine Birke aus weißem Stadtschuh dann bauen. Dazu dann aber mehr in einem der nächsten Videos. Dann haben wir hier den Fluss. Ich bilde euch jetzt hier ein Bild ein, wie er tatsächlich die Tage mal aussah, um zu schauen, wie viele Fliesen ich brauche. Das sind glaube ich ca. 200 Stück Wasserfliesen. Die werden auch Ende des Monats bestellt. Genauso wie die weißen Stadtschuter und noch ein paar andere Teile. Dann mache ich wieder eine schöne Pflanzenbestellung. Ja, genau. Dann gehe ich hier über die Steppe, da hinten, den Baumstumpf. Da habe ich den Baum mal weggenommen. Hier zu dem kleinen Wald. Auch in einem neuen Stil. Und hier ein bisschen angedeutet, dass der Berg da drüben rüber geht. Genau. Mit zwei neuen Bäumen. Ja, hier seht ihr noch ein bisschen meine Bestellliste. Teile. Und Pflanzenteile, die noch hier reinkommen. Genau. Ja. Können wir mal ein Stück zurück gehen. So sieht das Ganze aktuell aus. Also ich finde das sieht schon super aus. Ja. Genau. Ich habe überall noch so ein bisschen Pflanzen eingesetzt. Auch so ganz da hinten am anderen Ende der Platte. Wenn ich mal auf Ausstellungen damit bin, sieht man das wahrscheinlich von allen Seiten. Ja. Genau. Und mit dem Blick auf den Park Ranger und den Baby Triceratops verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich hoffe euch gefällt das Video. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Tonqualität findet. Genau. Und wie ihr hier die Birke findet, ob ich die so lassen kann, ob ich noch ein bisschen Schwarz einbauen soll. Ja. Tschau, haut rein, bis zum nächsten Mal.